moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid ich bin in spanien genau gesagt in alicante und wünsche euch viel spaß mit dem neuen video so Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen zusammen. Wir werden heute in eine Mall gehen oder eher fahren und werden versuchen, der Mittagshütte zu entfliehen. Aber jetzt geht es erstmal in den Pool, ein bisschen abkühlen, ein bisschen schwimmen und dann frühstücken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.